Halleliechen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit mir Sascha und Kevin Hallo Hallo, alles auch gut mit Blitzcrank Leute, ich hab was für sie nämlich gekämpft gleich mal gekauft Watt, was machen wir jetzt, was kauer wird So, das geile an dieser Episode ist Durch kristalline Flasche kaufen Äh, ich weiß nicht Darf ich auch sagen? Ja Das geile an dieser Lane ist Ja, das wird nichts Äh Jetzt darfst Das geile an dieser Lane ist, dass Alistair und Blitzcrank auf einer Lane sind Hab ich gedacht, dass ich hier wieder was dazwischen sage, oder? Ja Hab mich fest damit gerechnet Also was soll ich als erstes skillen? Q, W oder I? Mach mal W W? Das Rammen? Ja Ja Nicht Knock Up Weil wenn ich jetzt gleich jemanden hooken werde Seid Spaß Das wird zwar nicht passieren Weißt du, so in den Busch hooken Achso, ja, dann stoße ich ihn in den Tower und dann den Exhausten Ja Okay Der greift da noch Der greift da noch Vor dir stellen, gell? Achso, greift da noch Oder, pass auf Und Kevin zu trollen Boah, wenn du jetzt einen grabst, ohne Spaß Pst, pst, pst Pass auf Oder um Kevin zu trollen Grabe ich gleich den Red Buff Warte, mach schnell Du haust ihn in den Dragon Nein Nichts kann mich aufnehmen Oder, 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 pass auf, wie Graham Blubuff Komm, komm, komm Und du haust ihn weg Wie Blubuff Ja Warte, aber so, warte, warte, warte Ich hau nur ein Wort Gleich rein Warte, 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 nur einfach wegkicken, okay? Nein Aber nicht zu denen Ja Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaub, die fangen beim Red an Glaube ich nicht mehr sind so die Bottlin schon da Wir haben Kevin nicht geholfen Oh fuck, sorry Kevin Gewürzt das so beleidigt Ich glaub, Kevin ist gar nicht mehr da Mit dem Bock Aufruf Herz auf Ja, ich hab keine Ahnung Doch mein Mama war grad nur drin Meine Mama war nur gerade Sorry, dass wir dir nicht geholfen haben Ähm, schon, wir sind so gemeint Oh, hoi Oh, wo hin Oh Gott Oh, nein Oh, Hilfe Äh In Level I, äh, 2 Ah Ich kann irgendwie warten, dass du Udi bei mir invaded, äh Opa Pass auf Ja Oh Oh Doch nicht Oh, das war weg, Hellermann von jetzt Ja, das war echt wichtig Ich hab mein Q jetzt Ich hab mein Q jetzt Die Stimmung schon mal Hast du ein Geal gespielt? Ne, ich hab mein Geal gespielt Ne, ich hab mein Geal gespielt Ne, ich hab mein Geal gespielt Das war Minion Farm Nein, ich wollte eigentlich Catelyn jetzt Grimm gleich Oder Jax Aua Weißt du, du stößt dann gegen die Wand, okay Stößchen gegen die Wand, Stößchen gegen die Wand Stößchen gegen die Wand Lol Toplane Das ist doch keine ernstzunehmende Lane hier bei uns, ja Du musst du Spaß haben bei der Lane Ja, das stimmt, ich will einfach gewinnen Ey, das ist das Problem, dass wir schon am Anfang oder nicht direkt gepuscht, aber halt So, wir müssen einfach Insta grabben und zum Tower schleudern Ja, bis, 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 bis Ich vertraue auf dein Geal gespielt Okay, nein, das kann so gut Oh, nein, das meinte ich nicht Ich meinte diese Range Das ist zu groß Doch sein Cube, nur Ich hab mein Cube Ich hab mein Cube Ich hab kein Flash mehr Ich hab mein Cube Nein, ich hab gesagt, zum dritten Mal, ich hab Cube Genau у Der hat, nicht So Wieso hast du kein Flash mehr Kevin Bei mir rog顯 Ich hab' die Kl clear es noch Oh, und mi oh Ah ja, Merlin, es geht Ich hab' dir auch die 400 ở dets 2.000er Ping Ah ja, Merlin ist hier raus Ich habe gerade auch einen 400er Ping Deswegen Ich lag aber auch gerade Das ist es, das ist es, das ist es Das ist es, das ist es Das ist es, das ist es Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist voll neu, Digga Oh jetzt ist es sogar hier Alter, oh der Spaß 800er Ping Das habe ich nur für 120 wieder Das ist es, das ist es, das ist es Das ist es, das ist es, das ist es Ich will gucken LOL Das lache einfach nur Das lache auch nicht Ach Gott, der geile Hahahaha Grab ihn Ich versuch Ich will die Fäte in Crab Ah! Hochschleuder! Hier! Ah! Null! Versuchen zu grabben! Hochschleudern! Alles! Der will mich! Hi! Bitte! Ich hab keinen Mahner mehr! Nicht mehr viel! Stirb! Nein! Ich hab keinen! Ich hab keinen! Das war geil! Geh mal weg! Alter, ohne Spaß! Ja, du kannst... Legs auf Doom! Digga, was machst du denn? Texas! Das war ein Minion-Ziel! Geh mal weg! Oh, das war geil! Alter, ohne Spaß! Ich hab den Gehl bekommen! Ja, man ist so geil! Das war mega cool! Wann kommt Red nochmal? Äh... 5 Minuten? Ja, der müsste gleich kommen! Na, ich warte noch 30 Gold! Nein, wartest du nicht! Doch! 20! 15! Ja, abser 10006! Ich werd nie mal wieder mal meine Probleme haben! Bigger! Ohne Probleme! Ich hab jetzt seit 7 mannerryto plus 8? Das sind 15 in fünf Sekunden! Mach die Abfahr, mach die falle! Und der wollte ich hier drauf! Ich muss mir die wieder pushen lassen, die Lappen da. Das war so geil, wir verkacken vor dem Farm, aber hey! Das ist ne Troll-Lane. Was ist jetzt? Jackson? Ne, jetzt sind da Minions, jetzt sind da Minions. Ich glaub ich schaff den Red nicht, ich glaub ich schaff den Red wirklich nicht. Geh weg! Ne, 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 ich schaff den noch, ich schaff den noch. Ich hab den nicht geschafft. Jetzt hat mich fast die Creeps gegeben. Oh, ich muss den Red noch klären. Neul! Das ist auch Schildsworten. Wenn ihr das gerade übers Geißenflasch der Welt gemacht habt. Neul, nice. Schau ich so Leckflasch, Alter. Sehr schön. Ohi! Alter, hör auf und dann lachen die Nerven! Alter, das geht nicht anders, weil ich... Ja, den killen wir auch noch. Ja, wenn der kommt. Kill. Nichts kann mich aufhalten. Ich wollte mal. Ach ja, tschö. Mh hm. Das ist so genial. Ich hab mich geflasht. Warte, warte. Ich kann den Weg. Oh, der Wurf ist nicht da. Oh, schön. Ach scheiße. Doch, Wurf. Bitte. Nichts kann mich aufhalten. Du musst grabben. Ups. Na, warte, meint. Wir haben nur zwei Champions mit Mann. Hast du mir gerade so aufgefallen? Ach, von der Kulti nicht auf jeden Fall gemacht. Und die zwei sind Botlane. Die sind kein Blubber. Das ist ja scheiße. Doch, ihr könntest versuchen, den von dem zu stillen. Haben wir ja Frage gemacht. Oh, und so viel Farm. Ein Ulti. Alles weg. Oder ein Q. Lass mich durch das Gold-Item. Den hättest du sowieso nicht bekommen. Doch. Komm, ich schieb dich. Alter, meine Scheiß passiert von der Ulti. Fuck. Was Kate denn? Hat die schon Rage-Quitte oder was? Ich hab keine Ahnung. Sex hat hier kein Flash mehr, ne? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warum fliegen jetzt noch Hubschrauber rum? Weiß ich nicht. Vielleicht vielleicht, weil... War gestern bei mir auch so voll um die Uhrzeit. Angelo Mertel reingekommen ist und hat gesagt, Yo, Broody. Ich hab voll Bock auf den Sinn. Yo, Broody. Hier ist der Sex. Alter, ich bin schon auf Level 6. Ich hab so Bock. Das war ja nix. Autsch. Das war schon ein bisschen was. Ich wollte schon was. Ich finde nicht. Wir dürfen die nicht fahren lassen. Ja, wir können ohne Tower nicht so viel. Ich warte. Aber ich muss meinen passiven Ulti machen, damit ich Trainer Sticks bekomme. Nichts kann mich auf. Alter, lass das. Okay. Lass dich nochmal attacken, dann bringt dich mal was. Ist das geil, wer? Ich grabbe jetzt jemanden. Jetzt! Und du schleuderst den weg. Ja. Oh Gott. Oh. Schleudern weg. Du musst den wegschleudern. Ist okay, jetzt haben die gepusht und ich hab gleich wieder meinen Grab. Mach ich mal deine Ionische Stiefel, glaub ich. Natürlich trifft sie mich. Aua. Aua. Warum? OP. Digga. Versuch. Weißt du, mach ich so OP-Grab, ja? Ja. Wieso? Wieso? Lohne. Hahahaha. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und zur Strecke! Oh mein Gott! Das ist ja, ich bin mit Jesus, wie. Oh Gott! Kennt sich, das ist ja bis. Bisch. 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 Oh, keine Schuss. Oh, ohne Spaß. Alter. Oh, jetzt hab ich hier ready. in den Lernbüttel in den Gärten ein Schöpfchen nicht Prozent der Erlöser zu lassen in die Exaktivität so zu gewinnen die Jürgen Geistern ist das zu tun der Bruder kein einziges der Kälte der Lichter gepinkt ist ja bei mir ist der Gau der fülle ich hoffe es ist mein form alter mail ja du willst du willst du willst aber vp habe jetzt 30 prozent abgeliefert tatsächlich oh mein gott bitte das hat funktioniert ja natürlich kommt kommt ja ja doch nicht aber die haben gewordet das kann ich alle 11,9 sekunden und ich kann alle 90 kunden durch die gleich gegen die wand wenn du kommst du jetzt hat oder was nee mei mei stuttgart und sovich glaubt gleich okay ja soll es versuchen hat es der uli eigentlich schon Jugend GM ersten ich bin ich bin ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin mit nach dem ν-bo die jetzt wird es wird zum Jimtel so einfach wir nicht machen Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung! Alter Winne! Alter Winne! Hoppala! Das war ein bisschen behindert von mir! Jawohl! Wirklich eine Sekunde hat mir gefehlt! Der war Udi! Oder? Der war Udi! Digga! Ihr habt nicht mehr 300 Gold gebracht! Ich nicht! Oh Gott! Gleich noch mal! Gleich noch mal! Komm! Komm! Nein! Okay, geh mal weg! Ich verwechsel mein V mit mein E! Alter Winne! Ohne Spaß! Das ist das geilste überhaupt! Alter! Das ist so eine der einzigen Lanes, die da noch was rausholen, ne? Alter! Aber sowas wollen! Schau mir! 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 Oh! Oh! Ich hab's jetzt gesehen! Alter! Was hast du das jetzt gesehen? Alter! Der Udi ist auch richtig auf Karjawa! Alter werdet sich bezahlt! Ich hätte den nicht bekommen! Alter finde das ist so genial! 1 die 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 und die die es ist wichtig e e da kommt und das soll ich das ist zu gilt so lange gezögert ja der hier so möchte ich gehen ich muss einfach wird zu lange es gerne wie die sich bewegen ja auch so wie q ja bin gerade bei mir ruckelt auch so krass spiel das nicht gemacht dafür dass es so ist nach der ohne spaß das ist das geilste ich sehe nix ich hab keine ahnung was gerade passiert ist so egal okay es geht ja auch für die aufnahme ist es nicht cool naja okay das stimmt neusten ich hab nicht aufgepasst ich hab das gerade nicht aufgepasst ex of glaube ich im spiel ich glaube die fiora will sterben ich glaube die hat es ein bisschen zu sehr ne alter diese fiora ohne spaß einfach rüstung wollen spiel und und mann brudy jetzt die uhr lol nix mit mir geschieht macht kein schaden mehr mhm hihihi die 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 in der Blocke Werten Bord zu werden der Scheibsitzene in Minatoe ältere Entes das ist eigentlich Aure Kaufe Stundengls die Strecke ist wirklich so stundenlos er war auch gehofft bestimmt so schön zu schaffen kann ich den Drachen enthält der Leute die Kirchen übrigens nur bei der Hälfte das macht die da ich glaube er hängt nein ich habe gedacht die wir schneller das ist so gut ich habe keinen Speed mehr das ist nicht mehr da dead long range ich bin so gut ich fühle es so kürzlich ist 2.800 war es heute diese Schilder 5 0 Montage sagt die letzten Zweik ist das ist gut und ich habe es nur ja ich habe ein die Lied die Lieders 2 2 es gibt so keine Tore mehr hier wurde der nicht mehr ins BD doch geht es auf oder 6 die haben keinen Bock mehr als 06 und 1 6 die sehen das doch nee ich will da nicht verhalten ja so ist auch 4 FK ja Leute, du die ich will sie, ich will sie nein, 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 obwohl ich grab den ja, grab den grab den ne, 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 diga, 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 nein, caitlin, wenn dann schon caitlin ja ich will, ey komm, für schaden ich habe den kill oh wenn er schielt um jaja 1 99 nein wollte nicht sterben 100 gg gestorben, nein danke für die Aufnahme ohne Spaß, wie immer bist du schon wenn es euch gefallen hat und schreibt einfach einen Kommentar zum Beispiel ihr seid kacklos in der Serie sei es war Tschüss